Was ist damals vor 2000 Jahren eigentlich genau passiert, als Jesus zum Tode verurteilt wurde, gestorben ist und wenig später seinen Jüngern wieder begegnete? In dieser Serie erzählen wir es euch. In der Nacht zum Ostersonntag, der Osternacht, feiern wir die Auferstehung Jesu. Wir feiern, dass Gott Jesus durch den Tod ins Leben geführt hat. Und wir glauben, dass wir darauf auch für uns hoffen können. Hier findet ihr die Geschichte von der Auferstehung, wie der Evangelist Johannes sie überliefert. Drei Tage waren vergangen, seitdem Jesus gestorben war und in das Felsengrab gelegt worden war. Maria Magdalena, eine Jüngerin von Jesus, kam am ersten Tag der Woche ganz früh zum Grab Jesu. Es war noch dunkel. Da sah sie das Unmögliche. Der schwere Stein war vom Eingang des Felsengrabes weggewälzt. Was war passiert? Maria Magdalena war sehr aufgeregt und hatte Angst, dass jemand den Leichnam von Jesus weggenommen hatte. Schnell lief sie zu den beiden Jüngern Petrus und Johannes und berichtete den beiden den unglaublichen Vorfall. Die beiden Jünger liefen auch schnell zum Grab. Beide Jünger sahen im Grab die Leinentücher liegen. War das möglich? War Jesus tatsächlich von den Toten auferstanden? Die beiden Jünger konnten es noch nicht wirklich begreifen und kehrten erst einmal aufgewühlt nach Hause zurück. Maria Magdalena stand draußen vor dem Grab und weinte. Sie schaute ins Grab hinein. Dort sah sie plötzlich zwei Engel in weißen Gewändern sitzen. Die beiden Engel fragen sie, warum weinst du denn? Maria Magdalena antwortete, noch immer ganz traurig, mein Herr wurde genommen und ich weiß nicht, wohin er gelegt wurde. Als sie sich umdrehte, stand Jesus draußen vor dem Grab. Maria Magdalena ahnte aber nicht, dass es Jesus war. Jesus sagte zu ihr, warum weinst du? Wen suchst du? Maria dachte, Jesus wäre der Gärtner. Sie sagte zu ihm, wenn du ihn weggebracht hast, sag mir bitte, wohin du ihn gelegt hast. Dann kann ich ihn holen. Da sprach Jesus sie nur mit ihrem Namen an. Maria! Da gingen ihr die Augen auf und sie erkannte ihn. Jesus trug ihr auf, den Jüngern davon zu erzählen. Deshalb ging Maria Magdalena zu den Jüngern und verkündete, Ich habe den Herrn gesehen. Diese Botschaft von der Auferstehung Jesu feiern wir auch heute noch. Über 2000 Jahre, nachdem Maria Magdalena Jesus am leeren Grab erkannt hat. Weil Menschen diese Botschaft über 2000 Jahre weitergesagt haben. Und weil wir sie heute weitersagen. haben wir uns auf der 동 Themen geholt. Vielen Dank.